Hallo, General. Das ist ein langer, heißer Tag und es gibt viel zu tun. Wenn diese Drake-Jungs hier auftauchen, wisst ihr, was zu tun ist. Und es geschieht ihnen recht. Hoffentlich erwische ich sie. Bei deinen zittrigen Händen müssten sie schon sehr nah an dich rankommen. Ich werde sie abgeben. Wollen wir wetten? Und das Übliche? Wir wette Geld. Ich werde sie abgeben. Ich werde sie abgeben. Ich werde sie abgeben. Oh, come on. Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Gut, hier ist keiner. Erledigen wir das und ziehen weiter. Okay. Okay.